Kappalorus hat halt eine sehr gute Spezialverteidigung, aber Kappalorus reißt halt nix, je nachdem, wenn Naturkraft wirklich zu Sterdenschauer da drin wird. Also das wäre okay. Die Sache ist, du möchtest wahrscheinlich jetzt auch noch Nugget und Oreo mitnehmen, ne? Aber was könnte man da für rausnehmen? Kann Pip überhaupt was? Es ist zumindest ein bisschen defensiv. Kann es hier spukballen? Ja, ich habe extra nachgeguckt auf PokéWiki vorm Stream, dass es halt Konfustrahl, Zauberblatt, Psystrahl und Spukball kann. Was halt ein ziemlich gutes Moveset ist. Ohne Citroberates auch noch. Ich könnte mich aufsetzen gegen Iasis-Pokémon mit 6x Komprimator und dann einfach hoffen, dass ich nie mehr getroffen werde. Komprimator-Blend-Puder? Ja. Komprimator-Blend-Puder. Und das Gute ist, selbst wenn Iasis-Pokémon Irrlicht einsetzt, bringt das nichts, weil ich Magieschild habe und mir nur Angriffsattacken Schaden zufügen können. Ja. Haben Ihre Pokémon was anderes außer Geisterattacken am Anfang? Äh, Zwirlicht hat, äh, Irrlicht-Verfolgung. Schattenstoß, glaube ich. Konfustrahl? Und noch irgendwas. Apollo hatte auf jeden Fall Hypnose und ich glaube Finsterfaust. Im Idealfall werde ich aber mit Irrlicht verbrannt und kann nicht von Hypnose dann getroffen werden. Ja. Die Sache ist, ihr Traumagil hat ein Zauberblatt, ne? Das trifft dich immer. Stimmt. Dammit. Aber Zauberblatt ist ihre schwächste Attacke. Ja. Aber ich werde wahrscheinlich mit Psy-Strahl kaum Schaden machen. Ist das Problem. Also von den anderen würde ich halt echt sagen, am ehesten würde ich halt entweder Fumpy oder Reptain hier lassen, weil mir die halt nicht so viel bringen. Kann Kronung leider irgendwas bringen? Allerhöchstens es gibt, Bruder. Um das auf lange Sicht irgendwie zu spielen. Aber ich glaube schon fast, dass mir Staravia mehr bringen wird, offensiv. Das heißt, dann würden wir wirklich unsere Starter mal hier lassen. Guck mal, ob die andere sind. Also wir wollten jetzt auch 22 hochleveln, ne? Ja, ich hab 24 gesagt. 24, okay. Habe ich noch irgendwie sogar eine Sanftglocke? Super. Nein, du hast zwei Sanftglocke. Ich hab zwei Sanftglocke. Noch besser. Wenn wir mal einen Wahlglas machen. Was brauche ich denn jetzt? Ich hätte echt ein paar gute Items. Ich bin da nur nichts. Na gut, dann leveln wir einmal auf 24 hoch. Die Sache ist, Oreo braucht halt schon fast kein Item. Weil ich ihn eh nicht einsetzen werde, aber gut. 24, ja? Weckruf, ja toll. Was für eine Kampfattacke? Ja komm, statt Spotlight habe ich nochmal eine gute Starkattacke potenziell. Wann entwickelt sich Fampi? 28 oder 25, würde ich jetzt schon gar schon fast sagen. Ich würde auch 24 nehmen. Geduld. Du überlebst nicht lang genug, um geduldig zu sein. 25. Vielleicht kannst du ja vor der Arena leiten, wenn du noch 25 locken. So, Omelette. Moment, während ich dich level, tue ich dir eben noch schnell den Ding jetzt in die Hand. die Sandglocke. Damit er wenigstens ein bisschen mehr Freundschaft kriegt beim Leveln. Lernt Oreo überhaupt noch irgendwas? Das ist eine Steinentwicklung, ne? Fand ich nicht. Oh yeah, ich habe Heilung gelernt. Legitim Heilung? Ja. Inter. Oh. Nicht, dass es einen Unterschied ist. Wobei, bis es eigentlich sogar besser in dem Falle noch. Bitterkuss. Okay. Aber es ist zumindest besser als die Kratzfugie, die eh nicht kommen. Das auf jeden Fall. Aber ich meine, für die Arena wäre halt bis besser, weil du uns rückschrecken lassen kannst, ne? Ja, gut. Hast du eigentlich einen Expertengurt? Ich trinkere Expertengurt. Ah, okay. Der Überroller lernt es noch. Kann es nicht, der Überroller? Dann nicht mehr. Fruchtlar. M-m-m. Was? Okay. Schuppe Fresh. Das ist mir dann noch ein bisschen zu heiß. Weil bringt es ja auch nichts in die Arena. Nein. Aber Mochi müsste sich entwickeln. Auf 24, meine ich. Ist auch richtig gute Pokémon, dann echt viel Arena. Werden wir sehen. Ich glaube, ich würde auch eher mit Pilzspurre arbeiten. Also nehme ich den Schlitzer gerne mal. Wenn ich jetzt ein Scharnier rete, das wäre so gut einfach. Wenn ich sehe, wie viel KP alleine Vonera hat. Ja. Es hat mehr KP als Hippo. I don't even. Ich weiß nur gar nicht, wie ich auch gegen Lamina dann starten will. Aber dann wiederum, wir haben jetzt eh noch die Vortrainer. Mhm. Wo hoffentlich alle durchkommt. Ja. Ihr Licht. Ja, komm, steht im Kreideschrei. Das Gute ist, ich kann Feige vielleicht allerhöchstens am Ende zum Klinischen reinwerfen mit so einem Schattenstoß. Falls irgendjemand genug Vorarbeit macht. Wirbelwind. Ne, du. Ich war halt ein Wirbelwind. So, Nugget entwickelt sich jetzt erstmal. Nice. Hat Vonera eigentlich die höchste Spezialdefensive im Team? Ich glaube sogar nicht. Also, ich muss sagen, dein Team. Mach dir Sorgen. Ja. Ich will immer noch kein Wirbelwind lernen. Aber du hast, glaube ich, auch nicht wirklich was Besseres, ne? Ne. Weil ich will dir ja auch nicht die ganzen guten Pokémon wegnehmen, aber... Was kann ich denn geben? Seidenschal? Ne, wenn dann Hack Attack. Oder das Muskelband. Guck dir mal das Muskelband. Was trägt das jetzt als Stirnband? Ja. Komm, man kann gerne die Überreste tragen. Lass mich mal kurz gucken. Wie ist denn die die spezielle Defensive meines Teams? 42, 40, 46. Ist das wirklich die schönste Spezialverteidigung? Was ist das? Was? Schuppert hat einen höheren Angriff als Nugget? Okay. Okay. Didn't see that coming. Jetzt müssen wir mal kurz durch die TMs gucken, ob da vielleicht noch was Gutes ist für meine Pokémon. Du hast keine schlechte Idee. Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Wie erwartet. Das Beste, was ich habe, ist legitim nochmal Juwelenkraft. Was jeder lernen könnte. Das hat auch echt die meisten KP. Die beste Spezialverteidigung, die meisten KP. Und... Es kann nichts. Ich könnte einfach irgendwie einem Abgesang beibringen. Das war ja auch witzig. Mit Mochi. Ja, ich gehe für die Verwirrung einfach. Ist irgendwas davon gut? Notsituation dann einfach. Ich sage, es ist das so viel sinnvoller, Abgesang zu machen, wenn ich auch einfach Biss machen kann. Ich kann mir Biss geben. Kann es denn... Das ist nicht Notsituation. Wait. Kann es denn Notsituation denn lernen? Nein. Okay. Okay. Es ist komplett nutzlos. Für diesen Kampf. Ich könnte ihm einen Fadenschuss geben. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Ich bringe ihm jetzt einfach Fadenschuss bei. Okay. Ich frage mich nicht, wo er den Faden herbekommt. Den spinnt er sich wahrscheinlich eben aus seinen Haaren zusammen. Aber gut. Let's do it. Ich habe noch keinen Plan gegen Lamina. Aber ich muss sagen, die Arena hier ist tausendmal besser als die in Diamant und Perl. Ja. Werde jetzt nicht gedacht, das ist eine coole Idee. Eine Matheaufgabe zu machen. Als Arena-Rätsel. Einfach durchprügeln. Ja. Und vor allen Dingen fand ich das so witzig, wie sie noch am Anfang meinten, ja, du kannst ja zur Not einfach deine Procatch-Taschenrechner-Funktion dafür benutzen, damit du auch wirklich weißt, was 6 plus 4 sind. Ja. Mathe. Na? Ich sag ihnen, da wird ein Spaß. Ich habe doch bestimmt auch noch ein paar Beeren, die ich für so. Immerhin kann ich dich wollen. So. Du bist so verwirrt. Nee, ich wollte nur so ein bisschen die KP wieder auffüllen. Ich glaube, es war ein Dreieck. Aber wir nehmen die Trainer mit, oder? Ja. Ja. Was machst du so? Horta. Kann eigentlich irgendeins der Pokémon in diese Arena abgangsbund? Ich hoffe es nicht. Ich auch. Du bist nur noch im Tunnel, der immerhin. Zum Thema übrigens, dass das nicht gereicht hat. Zum Thema Hardgold und SoulSilver. Wir haben auf jeden Fall ja schon eine Redling zu Gold und Silber gemacht. Was wir auch bewusst gemacht haben. Weil Hardgold und SoulSilver sind leider super schwer zu emulieren. Mhm. Gerade so im Deutschen. Theoretisch würde ich schon gerne mal wieder... ...Hardgold oder SoulSilver spielen. Mhm. Weil ich finde, es sind echt schöne Remakes. Mhm. Aber es ist echt schwer, das so als Projekt zum Laufen zu kriegen. Wir haben das sogar tatsächlich versucht. Aber ich glaube, spätestens als du den Randomizer eingeschaltet hast, ist es komplett abgestürzt. Ja. Deswegen konnten wir, ich sag mal, nur Gold und Silber machen. Oh. Und sogar Random Bones, wo die Felder sind. Weil deins ist weiter rechts, das Blaue. Mhm. Aber wer war es auch ein Dreieck? Ich glaube, ich werde hier eben mit einem Polonaise einfach durchgehen. Erstmal. Leitteiler. Davon profitierst du. Machst schon ein bisschen. Mhm. Ja, ich finde das auch echt schade. Weil ich finde halt wirklich, dass es sehr, sehr gute Remakes sind. Und ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, ich finde Hakkut und Silber sehen richtig schön aus. Die Pokémon laufen dann hinterher. Und es profitiert halt auch einfach sehr viel davon, dass halt viele Pokémon Entwicklungen bekommen haben. Du hast Togekiss. Allein das ist halt schon, finde ich, eine super Sache. Mhm. Du hast Tangolos und so weiter und so fort. Und die Movesets sind halt auch viel, viel besser. Wie viel macht das jetzt? Heißt, 15 KP von einem Traumfugil im Ziehstrahl. Heißt, wenn ich so, ich sag mal im schlimmsten Falle sage, Traummagel hat ungefähr den doppelten Schaden davon. Also 30. Und Zauberblatt ist knapp doppelt so stark dann ungefähr. Also so um die 60. Heißt, Bolognese sollte, wenn kein Crit kommt, es eigentlich überleben, falls ich es mal in ein Zauberblatt reinwerfen muss. Oder allgemein, falls ich es halt da reinwerfen muss, dass es mal was macht. Ich frage mich übrigens, ich habe gerade Verhöhner gelernt, ob das eine legitime Taktik wäre, wenn es Mobilikats Traummagiel outspeedet, in der ersten Runde Verhöhner zu machen. Um den Konfustrahlen zu unterbinden. Ja. Wenn es stattdessen angreift und dir Schaden macht. Ja. Ja. Ich glaube, so ein Psych-Strahl könnte auch ganz schön wehtun. Ja. Wobei, wie viel Spezialverteidigung hat dein Snobili-Card? Ich kann nach dem Kampf mal gucken. Weil ich hatte mir eben ausgerechnet bei... Als ob deine X-Abwehr macht. Was? Nicht, dass es ihm was bringen würde. Okay, hallo Tiefschlag. Also bei 42 Spezialverteidigungen kann ich mir vorstellen, dass so ein Psych-Strahl um die 30 KP Schaden macht. Das wäre ja schon knapp die Hälfte bei mir. Weil ich natürlich nicht annähernd so viele KP habe, wie dein Depot. Ja gut. Aber es ist halt die Frage, wie viel Spezialverteidigung du im Vergleich hast. Ob du das vielleicht dann besser tankst. Oder schlechter. Je nachdem, wie deine Werte sind. Wie viel hattest du noch mal? 42? Ich glaube, ja. Also könnte auch plus minus ein Tool-Hit sein. Richtig schon. Aber wenn er gerade auch nur dank des X-Abwehrs überlebt hat. War nicht richtig einfach? Ja. Ich bin mir nur noch nicht ganz so sicher, was ich für die anderen beiden Pokémon von ihr machen möchte. Weil natürlich könnte ich einfach mit Marzipan starten. Mhm. Aber ich habe halt so ein bisschen Angst, dass ich vielleicht doch irgendwas... Ähm... Nicht über... Also, dass ich ihn vielleicht nicht besiege und dann irgendwie ihn ehrlich oder so abbekomme. Deswegen würde ich eigentlich... Das wäre jetzt eigentlich ein sehr guter Test gewesen, um zu gucken, wie hart du Nebulak anhauen kannst. Ähm, Alpollo. Aber du hast es leider weggekrittet. Aber ich kann es für mich mal versuchen. Da habe ich aber schon 26. Toll. Mit dem Fluch kann ich jetzt nicht gucken, wie viel Schaden ich dir gemacht hätte. Aber ich habe gesehen, dass ich langsamer bin. Und das ist schlecht. Die Sache ist, ich weiß halt aber auch nicht, was ich sonst ehrlich gesagt machen soll, außer Marzipan. Bei den Vorträdern erst mal mit was anderem noch versuchen. Wie das nicht reicht. Er kann doch nicht mal ein Traumvogel one-hitten. Ich glaube, Traumvogel ist auch ein bisschen defensiver. Ich glaube auch nicht, dass du... Nein, natürlich nicht. Das Ding, wenn du Traumvogel two-hitten kannst. Aber ich würde... Wenn ich mal two-hitten? Schwierig. Der fehlt der Step. Ist halt so die Frage, ob es eine Idee wäre, halt in Traumvogel Parasek reinzuschicken, einen Hit zu tanken, hoffentlich, und Pilzspur zu machen. Mhm. Dann wiederum, wenn sie Konfusstrahl machen, und ich mich selber hätte. Aber was mache ich jetzt gegen die anderen Vorträner? Sag mal, gegen alles, was Alpollo Nebulak ist, kannst du auch Gardevoir reinschicken und wegkonfusieren. Oreo hält sich ja auch einiges aus. Also sie hat auch einen guten... Ja, ja, auch einen guten Bulk. Den kannst du auch rübergehend reinhauen. Der hat wahrscheinlich nicht so einen guten speziellen Bulk. Es geht. Na ja. Ist halt so die Frage, ob ich potenziell Schokofresh gegen Zwirlicht oder gegen Alpollo reinschicken kann. Tatsache ist, Mochi macht gar nichts. Ne. Außer Pilzspore. Und du musst bedenken, Pilzspore sicherte ja allerhöchstens nur einen Safe-Switch. Im blödesten Falle. Weil wenn du rein wechselst, ne? Ja. Die Frage ist, ob so eine Persim wäre auch richtig praktisch wäre. Wegen die ganze dumme Verwirrung. Ja. Ich könnte halt theoretisch Parasek ne Persim wäre geben. Mhm. In Traumagil halt ihn halt reinschicken. Pilzspore drücken. Weil einen Hit werde ich ja nehmen. Ja. Denk ich. Äh. Ich bin Leitteiler wieder ein. Dann Traumagil schlafen legen. Dann aufs Nobilikat wechseln. Und dann hoffen. Ja, hoffen ist gut. Machst du mir jetzt auch wieder so um die 15? Jo. Aber was mach ich gegen die anderen beiden? Das denke ich mir auch. Müsstest du dich auch jetzt im Idealfall mit dem Sandstorm einfach drauf gehen, wenn du nicht wieder Leitteile einsetzt? Ihh. Da kam ein Crit. War gut, dass ich gerade eben noch geheilt hatte. Sonst hätte mich das jetzt besiegt. Wenn du voll richtig gewonnen hättest, auf Level 24. Das ist gut. Das ist ja dann auch das Level von Lamina ungefähr. Yeah. Sandgrab. Also, schön. Ich habe endlich mal eine Bodenattacke, aber die bunt mir hier natürlich nicht. Ich habe mal die Bodenfliese hier noch nicht gefunden. Kann die hier auch irgendwie... Die Zeit war so toll bei Plau, wo es keine Verwirrung gab. Ja, ich fühle dich. Ich finde die auch irgendwie nicht. Hast du deine gefunden? Nee, noch nicht. Ich glaube, ich bin noch dabei, alle Trainer zu besiegen. Äh... Ich könnte... Josa ein Wal... das Walglas geben. Das ist ein Blutstrahl, nehme ich auf jeden Fall ein bisschen stärker. Wo ist das Ding denn? Nee, jetzt mal ohne Witz. Ich kann es ja nicht sagen, weil die ja auch random sind. Also, das ist ja bei mir dann auch ganz Warners dann. So habe ich jetzt alle besiegt. Ich sehe das auch nicht. Ist das so ein Dunkel? Nee, ich habe dich noch nicht besiegt. Ich kann ja bei dir mal ein bisschen mitschauen. Und hier ist schon wieder oben. Um links wahrscheinlich auch nichts, ne? Ist ja kein Platz. Ah, hier! Ah! Meine Güte! Den habe ich irgendwie nicht gesehen. Oh no! Mach doch nicht diesen! Das ist aber irgendwie auch echt... Nicht so leicht zu sehen. Ist dann schon Arena-Time? Ja. Aber gehen wir jetzt nochmal raus? Ich will gleich nochmal rausgehen zum Heilen. Ich muss jetzt den ganzen Weg wieder... Nee, zum Glück nicht. Er macht diesen... Wusstet ihr übrigens, wenn man einmal komprimator oder doppelt ihm oder sowas einsetzt, der Gegner danach erstmal nicht mehr trifft, falls es ein Mensch ist? Den NPCs ist ja egal. Moment, ich würde gerade sagen, ich bin irgendwie im Pokémon-Center vorbeigelaufen. Ich muss einfach nur nach links laufen, oder? Von der Arena? Schon. Ja. Eingesetzt? Orta. Okay. Hä? Lass mich dich einfach wegdrehen. Ich muss jetzt aber kurz... Wichtige Recherche betreiben, nebenbei. Okay. Aua! Hat sogar weh getan, der Orta. was ist die basis wert summe basis wert von polo auf verteidigung nicht existent 45 sei doch nicht existent wie ist das mit zwirlicht wahrscheinlich mehr so 60 70 90 was allen dank aber 17 monate treue super geil von dir das heißt ich würde es wirklich sogar zutrauen eine attacke zu überleben ich glaube ich gehe auch schon heilen erst mal gleich wieder also marzipan soll auf jeden fall traum magie angreifen und mochi könnte es vorher einschläfern weil potenziell habe ich glück und ich habe eine runde mehr im schlechtesten fall hast du ein safe switch habe ich nichts gewonnen ja aber auch nichts verloren also du kannst eigentlich nur gewinnen das heißt ich könnte dir immerhin sogar eine persimbeere geben um safe die pilzschmache rauszukriegen und dann gucken dass ich mit marzipan was machen marzipan kann aber auch das alpollo eigentlich irgendwann hinten denke ich bei der schlechten verteidigung wahrscheinlich ja wobei ich jetzt noch mal gucken muss ich finde das spricht auch nichts gegen sich bei so einer challenge vorher zu informieren interessanterweise ist der zweite raum sogar wirklich ein einiges dunkler als der erste hat das alpollo kann tiefschlag was hattest du vor als mit marzipan aber ich will marzipan natürlich so fit wie möglich für traum magie haben tiefschlag wird aber nicht also wird schon ein bisschen schaden aber nicht viel weil alpollo ja nicht so einen super guten angriff hat aber das problem was ich auch habe ist dass das zwierlicht sehr kann das aber du musst bedenken es würde ich das nicht unbedingt den allerbesten angegriff ja aber wenn ich zwierlicht jetzt besiege und dann jemand anderem rein schicke ich der hat den sie ab ja gut bitte mit akzent vorlesen sowieso was kann das zwierlicht ihr licht sehr verfolgung und schatten stoß okay ich könnte mit feige antanzen als erstes machen wir es mit einer gedanken zu ende danach gehe ich auf meine gedanken die sache ist ich weiß nicht unbedingt was ich machen möchte wenn ich marzipan und mochi für trauma gehen wir aufbewahren möchte schokofresh und oreo oreo weil einfach gut tankt und schokofresh was sehr effektiv was hat hatte schokofresh was sehr effektives bis stimmt und schoko und oreo hat zumindest einen blubstrahl glaube ich der mit step knapp 100 stärker das ist gar nicht mal so viel schlechter als ein sehr effektiver bis aber würde ich dann einfach mit schokofresh starten und gucken wie viel er schafft und dann potenziell auf oreo wechsel so gesagt ja was kann das alpollo war tiefschlag dunkelklaue konfustrahl und hypnose cool nichts um seinen guten spezialangriff zu nutzen stattdessen geben wir ihm einfach physische attacken ist eine maron wäre sogar wirklich ja ich meine verwirrung der trotzdem kacki ja habe ich den persien wären sind die frage für alle fälle eine sind eine maron ein ein ein